Okay... Okay wir müssen anfeuern... Ey Borat du drickst so zu... Go 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 go! Los, go 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 go! Los, go 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 go! Schweiß, ihr glück glück! Gllück glück! frighten die das an! Ha, blaues, was machst du? Ja guck, was machst du? HAAAHHHHHH!!! Mühhh! Wie viel! Das macht die Mario-Mischung. Ich hab nur gesagt, dass du allein fischst. Was soll da rausgehen, ey? Komm gerade, da würde ich einen großen Problem machen. Die kleine Hexe. Keine Hexe. Keine Hexe. Keine Hexe. Keine Hexe. Siebisch, der kommt jetzt. Keine Hexe. Von dem würde ich jetzt einen ganzen Schluck nehmen. Dann bist du gesund. Du hast keine Bakterien mehr in deinem Kauber. Geh' noch? Du bist hier. Mit Kumom. Jo. Schlapplaus, werdet, Junge. Go Snoopy, komm her! Ich geh' auch Snoopy, komm her!